Hallo meine Lieben und Willkommen zu einer neuen Aufnahme von Chaos auf Deponia. Wir haben gesagt, wir reden mit Bozo und das mache ich jetzt auch gleich ohne viel zu quatschen. Ich bin lediglich ein Schrotthändler mit einem eigenen Kutter. Genau. Und den Papagei hast du nur zufällig auf der Schulter. Ich habe keinen Papagei, Rufus. Und ich hatte auch nie einen. Ach ja? Und wen habe ich dann mit Regenwürmern gefüttert, als du geschlafen hast? Du bist schon ein seltsamer Vogel. Ein Adler. Sag mal, Rufus, wolltest du eigentlich über was Bestimmtes sprechen? Bestimmt. Worauf wartest du dann noch? Auf die Multiple-Choice-Box. Moment mal. Würmer? Pst, da kommt sie. Habe ich etwa die ganze Überfahrt verschlafen? Wie ein Schnabeltier. Nur, dass du im Schlaf gemurmelt hast. Ich habe von meinen nächsten großen Abenteuern geträumt. Haben die irgendwas mit Ballett zu tun, Schnutzi-Poo? Ja, das ist total Schnutzi-Poo, sehr schön. Ich war bei Doc und muss zum Gadget-Shop. Na, dann grüßt Gilligan von mir, falls er da ist. Du findest ihn beim Anleger, gleich links vom Stadttor. Wie ist der Grock hier so? Das ist Pfefferminztee. Ach, erzähl mir doch nichts. Piraten trinken Grock, das weiß doch jeder. Aber ich... Hör mal, ich habe mit Doc gesprochen. Er sagt, deine verschobene Wahrnehmung könnte auf eine schwere Kopfverletzung hinweisen. Und die Narbe an deinem Auge könnte auf eine abenteuerliche Seeschlacht hinweisen. Im Ernst, bist du irgendwann mal auf den Kopf gefallen? Ich meine, vor den beiden Malen, seit wir uns kennen. Hüßt die Anker, lüftet die Seegel! Ein lieber Butze, Mann! Naja, was interessiert es mich? Solange du nicht vergisst, dass du die Überfahrt noch bezahlen musst. Das garantiere ich bei ihm echt nicht. Toilettentür. Verschlossen. Was muss Gulliver sein? Er scheint mir ganz in Ordnung. Aber er ist ein lausiger Ersatz für Lonzo. Hi. Ah, ein neuer Kunde. Herzlich willkommen in Gulliver's Gulli. Ich bin Gulliver. Wenn du die Toiletten benutzen willst, sag bitte vorher bei mir Bescheid. Dann bekommst du von mir den Schlüssel, die Taschenlampe und das Anti-Wolf-Spray. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch Erdnüsse von der Theke entstanden sind. So, was kann ich für dich tun? Gulliver's Gulli klingt aber nicht besonders einladend. Meine Kundschaft ist es nicht gewohnt, irgendwohin eingeladen zu werden. Wer würde auch Diebe und Schmuggler zu sich einladen wollen? Oder Leute mit ansteckenden Mundschleimhautentzündungen? Bah. Wenn du ein einladendes Ambiente suchst, dann gehst du besser in die Oberstadt-Bursche. Hm. Ich hätte die ein oder andere Frage zu deiner Stammkundschaft. Schieß los. Habt ihr gar keine Probleme mit dem Organon? Es kommt mir so vor, als würde hier jeder machen, was er will. Und so ist es auch. Die Beamten lassen uns hier in Ruhe. Orta Fisco ist weit weg und die Magnetbahnroute läuft an der Küste entlang. So ist der schwimmende Schwarzmarkt überhaupt erst entstanden. Wir sind immer da, wo der Organon nicht hinguckt. Und wenn ich dir jetzt sagen würde, dass es nicht mehr lange so bleiben wird? Dann würde ich sagen, geh zu Janosch und seinen Widerstandsschwätzern. Nur Idioten glauben an diesen Verschwörungsquatsch. Kennst du Käpt'n Bozo? Klar. Er legt hier ja regelmäßig an. Ich glaube, er hat was mit der Besitzerin des Waffenladens in Klein-Venedig am Laufen. Sie bricht keine Herzen, sie perforiert sie mit einem Repetierlaser. Und mit dieser Furie hat Bozo was am Laufen? Ich kann mir kaum vorstellen, wie das funktionieren soll. Das war's fürs Erste. War ja auch genug. Hm. Ganz schön schummrig hier. Befreu dich doch. Die wenigsten meiner Stammgäste sind ein schöner Anblick. Aber wenn du das hier schon dunkel findest, dann warte mal ab, bis der Generator wieder streikt. Passiert das öfter? Leider. Es ist die salzige Luft. Die ist wie Zucker im Tank. Paradox, nicht wahr? Hm. Was gibt's auf dem schwimmenden Schwarzmarkt noch alles zu sehen? Sag jetzt bloß nicht, du bist ein Tourist. In dem Fall gehst du besser in die Oberstadt. Vorausgesetzt, sie lassen dich da rein. Downtown ist für Schmuggler, Hehler, Spieler und Piraten reserviert. Wenn du was Besonderes erleben willst, empfehle ich dir das Schnabeltier Bataka in der Arena auf dem Markt. Die Kämpfe finden allerdings nur statt, wenn sich zwei Streithälse in die Wolle bekommen. Hm. Kann die Jukebox nicht mal einen anderen Song spielen? Wieso? Das ist doch jetzt schon wieder ein anderer Song. Bist du sicher? Dieses Gedudel kommt mir doch sehr bekannt vor. Sag nichts gegen meine Jukebox. Da sind nur Klassiker in der Playlist. Am liebsten mag ich das Paarungslied der Schrottkrabben. Allerdings nur, wenn die Tür zu ist. Ich hab schon genug Beschwerden über Krebsbisse. Ich müsste mal die Toilette benutzen. Dann solltest du zuerst diese Erklärung ihr unterschreiben. Eine Erklärung? Hiermit bestätige ich, dass keine Schadensersatzansprüche gegen Gulliver, Gullivers Gulli oder Spritzi Toilettenausstattungen geltend gemacht werden können. Im Falle von Haarausfall, Nasenschleimhautverätzung, Haarausfall, Nasenschleimhautverätzung. Spinnenbissen, Rattenbissen, Wolfsbissen? Lebra, Schuppenflechte oder jedweder Verflogen durch ein indiogenes Naturvolk? Wer würde so einen Quatsch denn unterschreiben? Nun, der Besitzer des Drugstores zum Beispiel. Ist er lebensmüde? Blind. Ansonsten ist die Benutzung der Toilette eine beliebte Mutprobe. Also beliebt bei denen, die im Testament stehen. Darlef da oben hat auch gerade so eine Wette mit seinem Kumpel Liebold am Laufen. Aber ich glaube nicht, dass er es tun wird. Er hat noch Pläne. Ich habe auch einen Plan. Den Plan, mich als Feigling dazustehen. Er mit dem Stift. Du musst das nicht machen. Das weißt du, oder? Ich habe noch nie Sachen gemacht, die ich machen muss. Na dann, viel Glück. Wenn dein Bedürfnis stärker wird als dein Lebenserhaltungstrieb, kannst du Galef ja nach dem Schlüssel fragen. Das werde ich. Okay. Komm wieder, wenn du einen Drink kaufen möchtest. Kann ich jetzt Boso fragen nach seiner Freundin? Ah, was liegt an? Okay, kann ich nicht. Verlauf dich nicht. Okay, kann ich jetzt nicht. Und jetzt kann ich mal gehen. Gut. Den, den, oder Generator kann ich nicht. Jetzt ist er wieder da. Ein Airbag? Wer hätte das gedacht? Okay, ich gehe mal hier weiter. Oh Gott. Oh Gott. Oh, sie sind das? Kann ich hier mit irgendwas reden? Vordruckswerkstatt. Ich weiß, ist das so ein Rundgang. Kann ich mit ihr reden? Auch wenn die rumspinnt. Ich fasse es nicht. Es ist mir egal, ob ihr die neuen Nachbarn seid. Da könnte Stephanus die Letty persönlich mit einem Kuchen vor der Tür stehen. Ich würde ihm trotzdem mit der Nadelpistole... Was zum... Was willst du denn schon wieder? Kennst du Käpt'n Bozo? Käpt'n? Ist man jetzt schon Käpt'n, wenn man einen rostigen Müllkutter über Wasser halten kann? Der einzige Käpt'n, den ich kenne, ist Käpt'n Siegall oben in Bellevue. Aber im Vergleich zu dem affektierten Idioten ist mir Bozo allemal lieber. Also kennst du ihn? Ich trage gerade seine Unterwäsche, wenn du es genau wissen willst. Ich gehe dann mal wieder. Sehr explosiv, die Dame. Okay, hier ist noch dasselbe. Ich hab das. Das ist wohl schon der neue Airbag. Das ging aber schnell. Kann ich den jetzt noch mal ärgern? Schön wär's. Anscheinend genug. Schauen wir mal. Ich weiß nicht, der Neuankömmling ist, von dem alle reden. Tun Sie das? Wird ja auf Zeit. Die Geschichten von meinen Heldentaten sind alle noch untertrieben. Wir sind nicht interessiert an Märchen. Du hast etwas, das wir haben wollen. Zu dumm. Mit gutem Aussehen muss man geboren werden. Wir reden von den geheimen Aufstiegscodes. Die Aufstiegscodes? Nur über meine Leiche. Wartet, lasst mich das umformulieren. Oh oh. Hat sie doch nicht mal. Er hat sie nicht dabei. Er ist wohl doch nicht so dumm, wie er aussieht. Und was machen wir jetzt? Wir sollten der Donner Bericht erstatten. Natte Leute trifft man hier. Ich sollte etwas bescheidener auftreten. So. Ist das der, ist das das jetzt? Oh Gott, was ist denn das für einer? Herzlich willkommen in Gilligan's Gadget Garten. Es bedient Sie Ihr Shop-O-Mat 2000. Wie kann ich Ihnen helfen? Doc schickt mich, um einen Satz Datasetten abzuholen. Aber natürlich, wir haben zur Zeit zwei unterschiedliche Marken im Sortiment. Die erste Sorte heißt Platinum Proof Professional. Sie sind etwas teurer, haben dafür aber die bessere Qualität. Es gibt aber noch eine billigere Sorte. Cowboy Dodos lustige Allzweck-Datasetten. Sie sind zwar qualitativ nicht ganz so hochwertig. Dafür gibt es einen bunten Lolli gratis dazu. Ein Lolli? Also, welche Marke darf es denn sein? Ich glaube, der will raus. Ich nehme natürlich Platinum gar nicht in den Gericht. Sind es auch wirklich die guten Datasetten? Natürlich. Immerhin geht es hier um Golds Bewusstsein. Na, dann kann es ja losgehen. Oh-Oh! Na, dann kann er noch mal her. 所以呢, lausente Koala-Datas belt考ze a procedure. Hat es funktioniert? Ich weiß nicht. Irgendwas stimmt nicht. Rufus? War ja klar. Warum drängt sich eigentlich immer, wenn ich dich sehe, dieselbe Frage auf? Wer ist der gutaussehende Typ in dem Mantel? Wo bin ich hier? Weil dich meine magnetische Ausstrahlung orientierungslos macht. Im Ernst? Wohin hast du mich diesmal verschleppt? Und warum stinkt es hier so? Das ist hier der schwimmende Schwarzmarkt. Du bist in Sicherheit. Sicherheit? Rufus, ich war gerade auf dem Weg nach Elysium. Okay, schon. Aber mit dem Falschen. Pletus wollte mir helfen. Und du traust diesem verlogenen Schmierlappen? Tja, wem glaube ich wohl eher? Meinen Verlobten oder seiner billigen Imitation? Was ist denn bloß los mit dir? Was los ist? Ich wache auf und finde mich in einem stinkenden Folterkeller wieder. Das ist los. Mich juckt es bereits überall, nur weil ich diese schadstoffverseuchte Luft atmen muss. Oh, mir wird übel. Ich muss hier raus. Sie ist ganz schön sauer. Das täuscht. Ich habe eine gewisse Wirkung auf temperamentvolle Frauen. Sie werden temperamentvoll? Sehr witzig. Aber sie kam mir tatsächlich ein wenig biestig vor. Bist du sicher, dass du bei ihr nichts durcheinander gebracht hast? Hm. Ich glaube, ich habe tatsächlich eine Erklärung. Die Datasette wurde nicht vollständig beschrieben. Fast so, als wären es die Billigen gewesen. Nicht billiger als deine Ausreden. Wie es scheint, wurde ihr Bewusstsein in drei Teile gespalten. Die Frau, die da gerade aus dem Labor gestapft ist, ist also nur ein Teil von Goal? Und nicht der angenehmste, wie ich hoffe. Echt mal, Doc? Ich dachte, du bist ein Fachmann. Es ist nichts, was ich nicht wieder reparieren ließe. Dazu brauche ich allerdings alle drei Datasetten. Also auch die, die jetzt gerade in ihrem Implantat steckt. Außerdem kann ich den Eingriff nicht ohne die Unterstützung der Patientin vornehmen. Also müssen alle drei Teile von Goal kooperieren, bevor ich mit der Operation loslegen kann. Na, so wie die gelaunt ist, ist sie bestimmt ganz begeistert, sich nochmal den Schädel aufklappen zu lassen. Ja, vielleicht fängst du lieber mit einem anderen Teil ihres Charakters an. Hä? Nimm die zwei Datasetten, die noch im Auswurfschacht liegen. Und das hier. Was ist das? Eine Fernbedienung? Nicht ganz. Siehst du das Fach an der Rückseite? Leg einfach eine der anderen Datasetten ein und drück den Knopf, wenn du in Goals Nähe bist. Sag ich doch, eine Fernbedienung. Es ist schon etwas komplizierter. Die Daten werden in einen Puffer geschrieben und... Ich kann zwischen zwei Charakteren hin und her zappen. Nein. Ja. So ähnlich, aber... Wie bei einer Fernbedienung. Hm. Genau. Wie bei einer Fernbedienung. Cool. So eine hätte ich mal für Tony haben sollen. Beeil dich, Rufus. Je länger sich die einzelnen Charaktersplitter an ihre Selbstständigkeit gewöhnt haben, umso schwieriger wird es, sie zur Operation zu überreden. Suche Goal und überzeuge sie. Alle drei Teile von ihr. Ich bereite hier schon einmal alles weitere vor. Na dann, auf geht's. Auf geht's zu einem neuen Abenteuer in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat dir die Folge gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.